Was geht Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir mal ein extrem gutes Mittel vorstellen, was du verwenden kannst, um deine Zirbeldrüse extrem schnell und günstig zu entkalken. Ich verwende das Mittel jetzt schon seit einer Weile und ich bin wirklich extrem, extrem begeistert. Und zwar das Mittel, um das es sich in diesem Video handelt, ist Borax. Als erstes natürlich kurz zu meiner Erfahrung mit Borax. Ich verwende es schon ein Weilchen und ich muss ganz ehrlich sagen, Borax hat mich wirklich begeistert. Deswegen teile ich das Ganze jetzt auch hier mit euch. Ich habe Borax genommen und ich habe sofort am ersten Tag einen Unterschied gemerkt. Du merkst sofort, dass Borax wirkt. Meine Träume sind vom einen Tag auf den anderen extrem heftig geworden. Also sie sind wirklich so klar geworden, so lebendig. Das war wirklich nicht vergleichbar mit den Träumen, die ich vorher hatte. Und es ist auch konsequent weiterhin so geblieben. Also meine Träume sind immer noch viel, viel heftiger. Ich verwende Borax eigentlich täglich und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem Zeug. Es ist meiner Meinung nach das beste Mittel, um die Zirbeldrüse zu entkalken. Und zwar liegt das einfach daran, dass eben Borax mit Fluorid-Ionen zu Borfluoriden reagiert und diese Borfluoride werden dann einfach über das Urin ausgeschieden. Das Borax bindet sich also im Endeffekt an das ganze Fluorid, an den ganzen Schmutz in deinem Körper und scheidet das Ganze dann einfach wieder aus wie ein Schwamm. Borax hat aber noch viele andere positive Wirkungen auf den Körper. Um die sollte jetzt hier in dem Video nicht primär gehen. Aber ich finde ein paar Sachen sind doch nennenswert. Zum Beispiel wirkt es stark desinfizierend, insbesondere gegen Pilze und auch gegen Viren. Es erhöht bei Männern den Testosteronspiegel, bei Frauen wiederum den Östrogenspiegel in Wechseljahren. Es regelt die Aufnahme und den Stoffwechsel von Calcium, Magnesium und Phosphor. Es hilft also somit dem Körper dabei, Calcium besser in die Knochen und Zähne einzulagern. Also für alle Leute, die Probleme mit Knochen haben, ist Borax wirklich essentiell. Da sollte auf jeden Fall sich mal jeder mit Knochenproblemen mal auseinandersetzen. Außerdem ist Bohrmangel etwas, was man auf jeden Fall nicht haben möchte. Ein Bohrmangel kann unter anderem auch ein Auslöser für Tumorwachstum sein. Früher hat es eigentlich das Problem vom Bohrmangel nicht gegeben, da Bohr grundsätzlich im Boden zu finden ist und dementsprechend auch über die Nahrung aufgenommen wurde. Aber da eben heutzutage chemische Dünger und andere Gifte verwendet werden, ist einfach der Bohrgehalt in den Böden sehr, sehr gering. Und da die Menschen auch eher zu minderwertiger Nahrung greifen, nehmen die Leute einfach viel zu wenig Bohr auf und mit ein bisschen Borax kann man dem ganz einfach entgegenwirken. So jetzt zur Dosierung und Einnahme. Und zwar ist die Standard- bzw. Erhaltungsdosis bei Borax 25-30 mg pro Tag. Das ist nur die Standard- bzw. Erhaltungsdosis bei Borax. Du kannst auch locker das Dreifache oder sogar noch mehr nehmen. Es gibt Berichte, wo die Leute zum Beispiel 500 mg ohne Probleme genommen haben, um explizit die Zirbeldrüse zu entkalken. Ich selber nehme denke ich mal so um die 200-300 mg pro Tag auf. Und das Ganze sollte man auf jeden Fall in gefiltertem, chlor- und fluoridfreiem Trinkwasser auflösen. Also auf jeden Fall gefiltertes, sauberes Wasser verwenden. Denn wenn du vorher schon genau zugehört hast, dann weißt du, dass Borax mit Fluorid-Ionen zu Bohrfluoriden reagiert. Und wenn eben Fluorid in deinem Wasser drin ist, dann hast du da irgendwelche Feststoffe drin. Und dann kann das Borax nicht in deinem Körper wirken. Also auf jeden Fall das Ganze nur in gefiltertem Wasser auflösen. Viele haben allerdings keine Filteranlagen. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, die ich selber verwende, obwohl ich einen Wasserfilter habe, da ich einfach finde, dass sie einfacher und effizienter ist. Und zwar kann man das Ganze einfach in destilliertem Wasser auflösen. Dazu nimmt man sich einfach eine Flasche, packt dort 1 Liter destilliertes Wasser rein. In den 1 Liter destilliertes Wasser kommen dann ungefähr 5 bis 6 Gramm Borax rein. Und von diesem Konzentrat nimmt man dann 1 Teelöffel und dieser Teelöffel beinhaltet ungefähr die 25 bis 30 Milligramm Borax. Und dann hat man einfach sein Konzentrat und kann sich ganz einfach seine Erhaltungsdosis oder wie hoch auch die Dosis ist, die man sich ausgerechnet hat, rausnehmen. Ich persönlich mache das Ganze ganz einfach. Ich nehme mir meine Flasche, mache sie auf und mache einfach einen Schuss in meine Wasserkanne rein, in der ich das gefilterte Wasser drin habe. Mit dieser Methode muss man sich auch keine Sorgen machen, dass irgendwie das Borax mit dem Fluorid im Wasser reagiert. Im Titel steht, dass Borax ein verbotenes Mittel ist und tatsächlich ist Borax in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel verboten. Der offizielle Grund dafür ist, dass es einfach giftig ist. Wenn wir uns allerdings mal die Daten anschauen, dann könnte man doch zu einem anderen Schluss kommen. Und zwar schauen wir uns jetzt einfach mal den LD50 Wert von Borax an. Also die letale Dosis, bei der die Hälfte der Versuchstiere, in dem Fall Ratten, gestorben sind. Und dieser LD50 Wert bei Borax liegt bei 4500 bis 6000 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bei Ratten. Das heißt, du musst 4,5 bis 6 Gramm pro Kilo Körpergewicht an Borax aufnehmen, um daran zu sterben. Wenn wir uns jetzt zum Vergleich einfach mal Salz anschauen, also Natriumchlorid, dort liegt der LD50 Wert bei 3000 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, also 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn man die zwei Werte jetzt mal vergleicht, dann sieht man, dass Tafelsalz sogar 50 bis 100 Prozent giftiger ist als Borax. Also, dass Borax jetzt wirklich giftig ist, davon kann man eigentlich nicht sprechen. Wovon man aber auf jeden Fall sprechen kann, ist, dass Borax extrem günstig ist. Diese 100 Gramm Packung hat mich 15 Euro gekostet. Wenn ich jeden Tag die 25 Milligramm Erhaltungsdosis nehme, hält das Ganze für mich 4000 Tage, also über 10 Jahre. Und welche Industrie eventuell ein Problem mit so günstigen Heilmitteln haben könnte, kann man natürlich nur mutmaßen. Also zusammengefasst kann man natürlich sagen, dass Borax nicht giftig ist und auch nicht wirklich verboten ist. Es ist nur als Nahrungsergänzungsmittel deklariert zu verkaufen, verboten. Falls du mehr über Borax erfahren möchtest, kann ich dir wirklich sehr das Dokument, die Borax-Verschwörung, empfehlen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung und das Borax, was ich hier selber benutze, packe ich auch unten in die Beschreibung, ist von der Internetseite hsaktiver. Ansonsten Leute, vergiss nie, ihr könnt alles sein, haben und tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist ganz klar, dass der Druck der Pharmaindustrie hier maßgeblich war. Man hat dabei den Bürger im Stich gelassen.